Nach dieser kleinen Startschwierigkeit begrüßt die Zugcrew von TRI hier an euch alle hier im Zusatzzug von Soost nach Hamm. Wir halten in Westschönen, Werl, Hämmerde, Lünern und Unna. Ja, und wir wünschen euch jetzt eine sehr angenehme Reise. Denkt natürlich an die Maskenpflicht hier an Bord. Medizinische Maske bitte auch über die Nase natürlich. Keine Schuhe auf den Sitzen. Gerne barfuß mit Socken oder was drunter legen. Alles okay, aber keine Schuhe auf den Ritzpolstern. Ja, dann bleibt es nur noch jetzt euch eine angenehme Fahrzeuge wünschen. Und der nächste Halt ist dann gleich Westernen.